Jahre lang pflegten die unsterblichen Nachtelfen eine druidische Kultur in den schattigen Nischen des Waldes von Ashenvale. Doch jüngst zerstörte die katastrophale Invasion der brennenden Legion die Ruhe ihrer uralten Zivilisation. Mit der Führung des Erz-Druiden Malfurion Stormrage und der Priesterin Tyrann de Vesperwind stellten sich die mächtigen Nachtelfen dem Ansturm der Erinnerungen. Für ihren Sieg mussten die Nachtelfen jedoch ein schreckliches Opfer erbringen. Sie mussten zusehen, wie ihr geliebter Wald und ihre Unsterblichkeit selbst von den Flammen der brennenden Legionen verzehrt wurden. Meine Kinder haben mich heiß gemacht. Um ihre Unsterblichkeit zurückzuerlangen, beschlossen einige abtrünnige Druiden, einen ganz besonderen Baum zu pflanzen, der ihre Geister mit der ewigen Welt verbinden sollte. Malfurions Warnungen zum Trotz, dass die Natur diesen Egoismus niemals segnen würde, pflanzten die Druiden den großen Baum Teltrasil an der stürmischen Küste des nördlichen Kalimdor. In dem vom Zwielicht umspielten Geäst des riesigen Baumes entstand die wundersame Stadt Darnassus. Doch der große Baum war nicht vom Segen der Natur berührt und wurde bald Opfer der Verderbnis der brennenden Legionen. Jetzt sind die wilden Tiere und selbst die Äste des großen Baumes durch wachsende Dunkelheit besudelt. Als einer der wenigen noch lebenden Nachtelfen müsst ihr Darnassus und die wilden Kinder der Natur gegen die schleichende Verderbnis der Legion verteidigen. So, schauen wir mal. Ischnu Allah. Ischnu Allah. Ischnu Allah hat es schon geschafft. Ich bin ganz hohe. Der braucht doch wohl lange zum Schreiben. Geht in Frieden. Bitte Frieden, okay. So, Nachtseblatt. Ach, ich kann ja gar nicht halten. Oh, ich kann ja gar nicht halten. Ach, einen Bogen habe ich auch noch nicht. Nee, ich habe auch keinen Bogen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer nicht auf. Oh, alles mitnehmen. Habe ich kein Plündern. Kein automatisches Plündern. Ja. Nee, ich habe keinen. Schuhe habe ich. Füße. Stofffüße. Oh, die sind ja wahrscheinlich wieder ein wenig erklärt, aber... Na ja, okay. Na ja, okay. So, schauen wir mal. Warum hat er uns nicht Bogen schießen lassen eben? Ja, schauen wir mal. Natürlich, klar. Staugebiet ist erst mal überlaufen, ne? Ach, die hier auch. So, geht er schon. Geht er schon gleich tief danach. Die braucht ja die EP selber. Das lädt immer noch auf. Hm, schau mal. Das ist alles Geld. Ach so. Mann. Wieder. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Kann es noch nicht wirken. Oh. Das lädt immer noch auf. Das ist ja egal. Schau sie weg. Die Sauer ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Okay. Das war's für heute. Das lädt immer noch auf. Das Schweinchen brauchen wir doch auch noch, das Schweinchen. So, das Schweinchen auch mal. Hier auch fertig. Die können wir schon mal holen. Ich bin geehrt. Die Göttin schütze euch. So, den auch gleich. Das steht bestimmt mit Rüdi, ne? Tschüss. So, erstmal Taschenbeer machen. Erstmal gucken, was wir haben. Ledergürtel. Ja. Hose kriegen wir nicht. Nee, aber der Gürtel war gut. Armschie. Besser als keine. Ne? Ist so. Erstmal. Seht euch ruhig um. Das ist zu teuer. Was? Ach so. Ja, wir haben ja noch gar nichts verkauft und nichts. Das ist zu teuer. Das glaube ich. Okay. Aufheben. Jetzt reparieren. Gehen. Pfeile. So. Okay. Erstmal. Mögen euch die Sterne leiten. Mögen uns die Pfeile nie ausgehen. Falsche Richtung. So. Hm. Das stimmt ja. Jetzt können wir ja reiten und sowas. Alles erst. Friede sei mit euch. Ist ja nicht so, dass ich keine Zeit mit dazu habe. Überraschung. Ja, ich glaube schon. Handschuhe habe ich nämlich. Kein Handschuh. Aber kein. Lebt wohl. Hey. Wollt ich... Machen sie extra, oder? Das ist doch Zeit schon. I'mゴm, Zeit schon oder nicht. Hm. die stelle eine stufe weiter erst mal noch dahin also erst mal halten können gibt es ärger was ist der ruf der natur nicht dass ich wüsste nicht dass ich wüsste ach jetzt sind die geräts dran schöne lüderhose zum oktoberfest stil echt seid ihr schon die oder seite noch die anfangs die anfangs weinen falschen man suchen uns gleich durch ihn streiten sich wahrscheinlich 10.000 leute um und drei und drei grills und drei gräle grills wahnsinn mein ziel ist tot ich brauche ein ziel aber ist ja schon mal gut dass ich überhaupt dass ich überhaupt dabei habe so teufels muss müssen hier nicht noch welche rumliegen so Oh. Oh. Oh, Power. Oh, Power. Oh, Power. Ja, okay, die sind schon spielefrei, ne? Ganz anderes Kaliber, ne? Kaliber! Was? Was? Wieso können wir noch ein paar? Ja! Dieser Zauber ist noch nicht dran! Die Tomat spülen dann, oder? Die letzte Siegelzeichen! Die werden hier drin, aha, gut! Ist da mit? Stoff und Gelenke? Leider tauschen, oder? Schuhe! Schuhe! Schuhe!